Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch zeigen, wie ihr den Aerial Assault Trooper in Fortnite bekommt. Zunächst klickt ihr auf Zentrale, dann auf Helden, dann auf Verwalten. So seht ihr eure Helden. Wenn ihr den Kommando Spitfire nicht haben solltet, könnt ihr diesen ganz einfach in den heutigen Lamas erhalten. Außerdem könnt ihr ihn in der Sammlung unter Soldaten rekrutieren. Ich würde aber eher aufgrund des Preises davon abraten. Ihr müsst das Level auf Level 51 erhöhen und die Seltenheit auf Legendär upgraden. Hier ist das geupgradete Produkt zu sehen. Der Aerial Assault Trooper in dem OG Style. Es ist dabei wichtig zu sagen, dass diese Stils nur in Rennen die Welt erhältlich sind. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Schaut auch gerne bei dem Video mit dem Renegade Raider vorbei. Und damit, bye bye!